Hallo liebes Weltallkind, willkommen auf einer Reise durchs Bewusstsein, die nie enden wird. Ich bin 20 Jahre alt und erzähle auf diesem Kanal von persönlichen Erfahrungen mit Belohnenstücken, aber auch was mir bei psychischen Problemen geholfen hat. Das Ganze hier ist fast wie ein Tagebuch. Ich will die Drogen weder verherrlichen noch verteufeln. Deshalb verwende ich auch Aufnahmen, wo ich wie eine Kartoffel aussehe, rede, filme oder mich fühle. Ich therapiere mich hier teilweise selbst und ihr könnt daran teilnehmen. Dies geschieht auch im Wissen meiner Therapeutin. Hauptsächlich mache ich die Videos für mich selbst. Deshalb gibt es auch keine inhaltliche Beschränkung. Hier kann theoretisch alles kommen, von Captain Peng zu Kunst zu ich rede einfach drauf los. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich wünsche euch viel Spaß.